Willkommen zu Death Search. Im letzten Part haben wir uns ja schon mal so richtig gut gegen einen zweiten Boss angestellt. Aber so richtig gut. Und jetzt schaue ich mal, ob ich da was Neues herstellen könnte. Kann ich dann irgendwie vergleichen? Nein. Verteidigung. Acht. Arme. Arm habe ich. Den hat auch acht. Angriffsgeschwindigkeit plus drei. Ausdauerverbrauch minus fünf. Damit könnte ich öfter ausweichen. Also das ist das Beinmodul. Ausdauerverbrauch minus zehn. Der hat nur minus fünf. Ja. Bleibe ich lieber bei dem was ich jetzt habe. Meine Waffe kann ich weiterhin nicht aufwerten. Leider. Kann ich was anderes. Nein. Nicht wirklich. Nicht was mir an Vorteil bringt. Gut. Auf zum Boss. Jihau. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Wir haben gleich wieder die nächste Stufe bei der Waffenfertigkeit erreicht. Skaliert die Waffe eigentlich gut oder Waffenfertigkeitsskalierung mittel. Das ist okay. So. Das ist nur der Heilung über Zeit einstellen. Hehehehe. Mehr. Mehr. Läuft. Jetzt stellen wir die Heilung wieder an. 400 Alten Metall liegen da drinnen. Das ist ja eh nix. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Oh. Entsäubungsverfahren eingeleitet. Guter Start. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Schlag zu. Kaff. Schlag zu. Gott ich. Schlag. Äh. Nein. Zuschlagen. Da war ich. Zu blöd. Au. Au. Mann, aus! K2 Okay, 2. So, 4, 6, 7. Oh, stop it. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, 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 weg. Can't fire. Ich brauche kein Feuer. Uah. LU-74 Firebug offline. Level 9 Waffenfertigkeit. Puh. Okay. Ich glaube, ich hätte ihm die Beine noch zerstören können, aber ich glaube, es war doch gescheiter auf sein Auge oder was es war, unten zu gehen. Ach. Geschafft. Da unten lag auf jeden Fall was. Links geht zum Exit drauf. Da komme ich so hin. Schrautaufen. Giftmüllüberwachung. Okay. Weg. Das geht runter. Sieht aus, als hätten wir unseren kleinen Langfinger gefunden. Wahrscheinlich ist es dieselbe Übeltäterin, die sich auch an den Laborlagern zu schaffen gemacht hat. Hat ein Biomeister gemobst und fallen gelassen, als sie von mir davon rannte. Sah aus, als wäre sie auf dem Weg zum verlassenen Laborkomplex. Wenn ich zurück bin, schreibe ich einen vollständigen Bericht. Soll der Werksschutz die Sache ab jetzt übernehmen? Wir haben eine neue Waffe bekommen. Zero HSS Biomaster. Waffenfertigkeitsskalierung Mittel, Angriffskraft Mittel, Angriffsgeschwindigkeit Mittel, Energiegewinnen plus 25 Prozent. Ah, Details. Elementarschaden 16. Ein neuer Stab. Uh. Sehr gut. Den werden wir aber erst nehmen, wenn ich ihn ein bisschen aufgelevelt hab. Okay, es tut mir leid aber. Ich kann nicht länger warten. Ich hoffe es geht euch gut, dass ihr immer noch da draußen seid. Dass ihr einen sicheren Fleck gefunden habt. Ich werde die Magnetbahn zu den alten Biolaboren nehmen. Versucht dort hinzukommen, wenn ihr könnt. Ich werde auf euch warten. Meine Gedanken und Gebiete sind bei euch. Okay, ich glaube das ist der Weg weiter. Wir sind hier links unten. Geht es da hin noch? Unterstützungslink 1. Ah, das ist der Shortcut den ich vorher gerne aufgemacht hätte. Jetzt ist es offen. Ich habe es wieder und wieder gesehen. Aber kaum verstehen euch. Mal ehrlich. In den letzten Jahren liefen die Dinge nicht besonders gut. Ganz klar. Wir kennen die Zahlen. Deswegen schufen wir Projekt Resolve. So wie die Bevölkerung dahin sieht. Die Entwicklung stoppt. Und die Behinderungen bei Kindern dramatisch steigen. Da sagten manche, es ist schon zu spät. Zumindest ist es das, was einige Medien euch glauben machen wollen. Doch Creo ist für euch da. Von Kinderbetreuungszentren bis zur vollen Krankenversorgung. Eure Familie ist unsere Familie. Der Arbeitsplatz kann übersät sein mit Gefahr. Doch bei Creo, so viel kann ich sagen, gab es höchstens mal einen verstauchten Knöchel. Mit dem Einsatz unserer Exos machen wir euch stärker, schnell, härter. Die Arbeit hier ist wirklich sehr tough. Aber durch die Einbindung eurer neuronalen Schnittstelle in Creo´s Hauptsystem kann euch unser medizinisches Team 24 Stunden lang durchchecken. Wenn euch das nicht ruhig schlafen lässt, dann weiß ich auch nicht. Naja. Viel bla bla. Dann auf ins nächste Gebiet, hätte ich gesagt. Nächste Station Resolve Biolabore. Blue Sky Station. BIO Labore. Okay. Klingt nach Gift-Version. Okay. Okay, da ist nichts. BIO Labore. Klingt nach Gift-Version. Okay, da ist nichts. Nein, da ist nichts. Da haben wir einen Schrotthaufen. ExoLift außer Betrieb. Und hier haben wir Warnung, dies ist ein Quarantänebereich. Bitte bleibt in der Service Station, bis alle potentiellen Gefahrenquellen beseitigt wurden. Hier ist unsere neue MediPay. Ich drehe hier durch, Doc. Der Wertschutz ist überall, aber bei den Arbeitern hat sich nichts getan. Es ist pures Chaos. Wenn überhaupt, wird es schlimmer. Ich werde mein Glück über die Laderampen versuchen. Hoffentlich schaffe ich es raus. Viel Glück, Doc. Ja, viel Glück. Kommunikationsthemenverbindung viel geschlagen. Kann ich derzeit nicht benutzen. Okay. Da werden wir auch erstmal alles schön verbrauchen. Und mal aufleveln. Die neue Injektion, die über 30 Sekunden hinweg leben regeneriert. 3 Sekunden, 3 pro Sekunde und 6 pro Sekunde. Wenn wir das natürlich nehmen. Wie viel brauchen wir zum Aufwerten unserer neuen Waffe? Ah, da haben wir auch noch nicht mal Material dazu. Okay, da hat sich kurzzeitig mein Controller... Da hat sich kurzzeitig mein Controller verabschiedet. Wir sind nicht autorisiert, dich aufzuhalten. Aber es ist derzeit nicht ratsam, die Servicestation zu verlassen. Ja, ist es halt nicht ratsam. Was soll ich machen? Mich in die Miete begeben, in die Ecke setzen und weinen? Das habe ich doch schon. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Die Säuberungstabräder haben wir zum Aufmerksamkeit. Ja, das ist das. Das ist die Stärkung. Ich bin weg. Ich bin weg. Und ich bin weg. war natin in der kitzel auch klar Lärm dir mal. wo geht es noch schlecht drauf oder was mir lieber irgendwas was ich benutzen kann kleiner schrott doch sicher auch wieder hier ein shortcut oder ja ja Ja. Umhoch? Okay. jetzt kommt er hoch da ist dann der erste normale gegner energiekernstörungen aufwerten mit protex energiekern notwendig oder in sowas also ich muss meine drohne aufwerten für nicht zu schön gewesen die drohne dort schickt sich schön brav weg die macht party und ich gehe mal in den aufzug der nicht funktioniert auch 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 was fehlt mir eigentlich für für die scarab dinge noch kopf habe ich brust habe ich jetzt bei dem modul das heißt arme brauche ich noch du hast meinen linken arm den gibst du mir ich habe noch zu wenig für den kopf hast du bist hingeflogen das war jetzt wahrscheinlich der aufzug und das hier zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden ich war hier auch noch nie es geht nach oben fahrstuhlmusik hätten es ruhig noch reingehen können es geht ins freie das ist eine schöne abwechslung wieder im freien hellking stände Resolve Biolabore Ah, da ist ein alter Bekannter Wow, das erschöckst du mich so Endlich wollte ich springen, aber es hat nicht ganz funktioniert Oh, fuck Ging noch mal gut aus Ging noch mal gut aus Bis zum potenziellen Rätern der Menschen Auf Oh Okay, noch mal Ich möchte da rauf Doch Energetische Patrie Version 2 Ich weiß nicht, wie weit es da noch Weiter geht, bis wir zu den nächsten Shortcut haben Oder besser gesagt den ersten Shortcut In diesem Gebiet Deswegen werde ich jetzt Erst einmal Zurück gehen Denn ich möchte Mein gesamtes Altmittel verbrauchen Und nicht verlieren Aber ich finde schön, dass es endlich wieder ins Freie geht So Da ist zu Der Weg daher ist eh nicht so extrem weit Kann man auch hinrennen War ich da? War ich da? Auch nicht Auch nicht Automate Klingt sehr interessant Hier geht's weiter Hier geht's weiter Was haben wir denn Was haben wir denn Kann ich denn Kann ich denn Dich schon aufwerten? Nein Natürlich nicht Kann ich Auch jetzt noch nicht herstellen Dich könnte ich herstellen Dich nicht Zwei Stück sogar Das werden wir auch Direkt machen Rüsten wir Wenn möglich auch gleich raus Der braucht zwei Der braucht vier Das heißt ich bräuchte nochmal zwei Kernleistungen mehr Da Da habe ich aber glaube ich nichts Oder? Ausdauer erhöhen Waffenkenntnis Die maximale Energie Maximal das Leben erhöht Nein Mir fehlt noch Zwei Kernleistungen Damit ich da Den zweiten Arm tragen kann Aber Das war's für diesen Part Wir haben ja doch einiges geschafft Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja lasst doch gerne einen Daumen nach oben Hier Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Kommen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.